Ja, hallo und assalamu alaikum. So, die Frage ist nun, wie ist das mit der arabischen Sprache? Nun, es ist wahrscheinlich deutlich schwieriger und bereits komplexere Angelegenheit als bei anderen Weltsprachen. Arabisch ist ja in den Top 10 der meistgesprochenen Sprachen der Welt. Aber das Problem ist, dass die Schriftsprache oder Hochsprache in den Ländern auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika im Grunde eine ausgestorbene Sprache ist. Also, man muss es wie eine alte Gelehrtensprache lernen, vielleicht vergleichbar dem Latein in Europa. Wobei, nicht so ganz so extrem. Aber, das Problem ist eben, es wird nicht gesprochen. Also, sondern gesprochen werden regional sehr viele verschiedene Dialekte. Ja, wie ist das erstmal mit der Schriftsprache, wenn man sie lernt? Also, Arabisch ist extremst regelmäßig, bis ans Äußerste fast peinlich. Beispielsweise kann man im Arabischen aus Sohn einfach Söhnen bilden. Quasi Söhnen. Was dann Tochter heißt. Man macht aus Ibn Sohn, Ibne Söhnen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich das Ausschlaggebende ist. Ob das so selten in Sprachen ist. Oder, ja, man kann auch aus Mensch Menschen machen. Und, ich sage, er ist ein Mensch, hua in San. Dann sage ich, sie ist ein Mensch, hier in Sana. Und, es ist allerdings auch so, dass die arabische Grammatik sehr empfindlich ist, sehr präzise. Das heißt, wenn man einen einzigen kurzen, unbetonten Vokal vertauscht. Sagen wir, ich mache aus einem kurzen U, aus der Endung ein kurzes U bei einem Nomen oder Adjektiv ein kurzes A. Ein unbetontes. Ja, dann ist die ganze Bedeutung anders. Da haben wir das jetzt hier üblicherweise vom Nominativstil in Akkusativ gebracht. Man muss die Grammatik voll und ganz beherrschen. Und, das ist aber auch nur ein Teil, den man können muss, um einen normalen arabischen Text zu verstehen. Das andere Teil, den man können muss, ist, dass man einen sehr, sehr großen Wortschatz braucht. Woran kann das liegen? Vielleicht, weil Arabisch eben so weit verbreitet ist, geografisch so weit verbreitet. Und sehr alt und viel älter ist, als zum Beispiel Deutsch oder Englisch oder Französisch oder Spanisch oder Russisch. als die großen Sprachen Europas. Das ist dann, ja, aber all das ist dann erstmal nur die Schriftsprache. Wenn man jetzt mit Arabern spricht, und so habe ich das leider immer erfahren, ist das so, das wird sehr komisch und verkrampft, wenn man die Schriftsprache spricht. Und die lachen einen auch aus. Oder am besten. Ja, weil es eben so ist, dass sie regional sehr verschiedene Dialekte sprechen, die sich total von der Schriftsprache unterscheiden. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf Hocharabisch einen Mann frage, was willst du oder was möchtest du. Das geht beides, das ist nicht unhöflich, wenn man das auf Arabisch folgendermaßen fragt. Lada turi. Im syrischen Dialekt sage ich Shubitdek. Wobei, die Sache ist halt die, das wäre ja eigentlich gar nicht das Problem. Eigentlich müsste das ja kein Problem sein. Man müsste davon ausgehen, ja, gut, die Kids in arabischen Ländern lernen doch Arabisch in der Schule. Die müssen das doch können. Aber dem ist nicht so. Die Bildung ist ziemlich schlecht und fehl. Es kann locker passieren, dass jemand von der Schule abgeht und nicht weiß, wann er erbuka, erbika, erberka sagt. Also nicht weiß, wie er den Ausdruck dein Vater deklinieren soll. Für Nominativ, Genitiv und Akkusativ. Die Kasi, die es im Arabischen gibt. Das Problem in der Erziehung von Arabern ist doch, dass sie äußerst narzisstisch sind. Und ihre Eigendrehung viel zu überbewerten. Überbewerten, also das total in ihrer eigenen Welt leben. Und denken, dass nur sie Probleme hätten. Das führt dann dazu, folgende Situation, das habe ich immer wieder erlebt. Also im besten Fall sagen sie, oh, der spricht aber gutes Arabisch so. Der spricht Hocharabisch, das ist aber toll. Und da denke ich, ja, ja, leck mich doch am Arsch. So denke ich da mittlerweile. Aber es kann auch sein, dass sie mich auslachen. Oder dass sie mich nachäffen. Oder dass sie sogar aggressiv werden. Weil sie denken, dass ich sie verspotte, weil ich hocharabisch spreche. Und, ja, die Sache ist die, wenn die mich dann so verspotten, was auch durchaus ein Arabischlehrer machen kann, der aus einem arabischen Land kommt. Die versuchen mich dann so darzustellen, als wäre ich entweder ein Spinner, der die Dinge viel zu genau nimmt. Was natürlich Quatsch ist. Ich meine, wenn ich jetzt Russisch lernen würde und das Ziel hätte, die Sprache am Ende richtig zu beherrschen. Natürlich würde ich dann jedes Mal nachfragen. Warum hat sich das Wort jetzt in diesem Satz so verändert? Warum ist das in diesem Gedicht so geformt? Warum, warum? Ist ja logisch. Aber die tun dann so, als wäre ich ein Spinner, der die Dinge zu genau nimmt, nur weil sie selber keine Ahnung haben. Oder sie unterstellen mir, ich wäre arrogant oder wollte mich abheben von den anderen und würde deswegen hocharabisch sprechen. Wobei ich es einfach nur spreche, weil ich es so gelernt habe und keinen Grund sehe, weshalb ich es ändern sollte. Nun, die Sache ist halt die, wenn mich jemand auf diese Weise verspottet, dann kann ich nur schwer was dagegen sagen, so unterbelichtet und bescheuert, wie das ist. Weil es juckt mich ja dann zu sagen, ja, du bist doch nur neidisch, weil du dann zurückgeblieben bist, der seine eigene Muttersprache nicht beherrscht. Ja, aber dann hat er im Grunde gewonnen, weil dann kann er mich als den Arroganten darstellen. Der meint, er wäre was Besseres, weil er eine gehobenere Sprache spricht. Das ist so. Oder das andere, das da noch mitschwingt, ist vielleicht bei Arabern diese, dass sie sich eben zu sehr in ihrer eigenen Welt bewegen. So, dass sie, dass sie, wie soll ich sagen, dass sie es, dass sie es, dass sie einfach nur so sagen, so, hä, so kenne ich die Sprache doch gar nicht, so habe ich das noch nie gehört, das klingt ja komisch. So, okay, und warum ist das so wichtig, wie du zurückgebliebener Bauer das siehst? Komm mal in der Moderne an, komm mal in der weiten Welt an. Nicht, wie bereits erwähnt, Arabisch ist eine Weltsprache. Es ist auf dem fünften Platz der größten Muttersprachen der Welt. All das führt eigentlich dazu, dass man, dass ich mit der Zeit die Lust an der Sache auch verliere. Es ist frustrierend. Weil, ja, ihr seht ja, wenn die dann so tun, als wäre es nicht berechtigt, Arabisch zu lernen. Und überhaupt ist ja das ganze arabische Volk heutzutage geprägt dadurch, dass sie sich schämen, Araber zu sein, dass sie Angst haben, schlecht dazustehen, dass sie Angst haben, als Terroristen, als Barbaren, als Zurückgebliebene dazustehen. Oder als Frauen verachtend oder, ich weiß nicht, was für ein Mist. So, ein gutes Beispiel. Ich habe zwei Marokkanerinnen getroffen. Mit denen haben mein Freund und ich ab und zu mal abgehangen. Ein Tunesier. Und immer, ja, häufig kamen sie so mit der Masche so, ja, es gefällt uns nicht, dass du es nicht so arabisch benutzt. Wir würden es lieber haben, wenn du dich deutsch benutzt oder europäisch. Oder sie kommen so mit der Masche, dass sie sagen, wir sind keine Araber, wir sind Marokkaner, wir sind Berber. Wobei die beiden Mädels keine Berber waren. Die haben keine berberische als Muttersprache gesprochen. Keine berberische Sprache. Es gibt ja viele. Aber das ist eben so typisch, diese typische Masche, ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das hängt dann auch mit Blackpill-Theorien zusammen, mit der Manosphäre und Incel-Foren. Was orientalische Frauen heutzutage westliche Männer wollen. Und wenn sich jetzt die Gesellschaften im Nahen Osten und Nordafrika lockern, wenn sie konservativen Gesellschaftsstrukturen lockern, dann soll das demnach der Untergang für die Männer dort sein, für den absoluten Großteil. Weil die orientalischen Frauen offenbar alle westliche Männer wollen. Das ist nur mal so am Rande bemerkt. Ja, die Frage ist natürlich jetzt auch, wie geht das weiter so mit der arabischen Sprache. Nun, ähm, ich weiß es gerade auch nicht. Aber vielleicht könnte ich euch mal ein paar tiefere Einblicke geben. Und damit diejenigen von euch, die mit der Idee spielen, arabisch zu lernen, wissen, worauf sie vorbereitet sein müssen. Das ist jetzt so, wenn ihr als Westler arabisch lernt, werdet ihr von Arabern vielleicht nicht so behandelt wie ich. Weil die behandeln mich dann teilweise auf dieselbe dreckige Art, wie sie sich untereinander behandeln, weil ich ja arabische Wurzeln habe. Wobei in anderen Situationen wiederum, wenn es ihnen passt, wenn es ihnen gelegen ist, dann bin ich für sie wieder der Deutsche oder der Westler oder der Europäer. Das ist bei einer Steffi oder Martina, die jetzt Orientalistik studiert, vielleicht nicht der Fall. Aber sie muss darauf vorbereitet sein, dass es langwierig und schwierig ist, arabisch zu lernen. Gegen den genannten Problemen, dass es eine viel zu komplexe Angelegenheit ist. Dass einmal schon die Schriftsprache komplex ist in der Hinsicht, dass man sehr viele Begriffe kennen muss. Andererseits, dass man sie dann gar nicht sprechen kann, sondern verschiedene Dialekte lernen muss, die sich sehr stark von der Schriftsprache unterscheiden, sodass man sie eigentlich als eigene Sprachen zählen müsste. Sie haben halt nur keinen offiziellen Status und zählen deswegen als Dialekte. Ich fokussiere mich halt immer sehr auf Grammatik, damit das klar ist. Da folge ich auch dem Stil von dem Arabisch-Lehrbuch von Wolf-Dietrich Fischer und Otto Jastow, das wirklich ein Segen für einen Arabisch-Lehrenden ist. Das einen etwas roten Faden in die Wirren dieser Angelegenheit reinbringt oder reinzubringen versucht.